Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder LS19 und jetzt geht es los. Wir kaufen uns nämlich alles für unser Zuckerrohr. Zuckerrohr Technik, da. 1 Meter mit einer Sämaschine kann man Felder bestellen. 1 Meter, 2 Meter. Mit einer Sämaschine kann man Felder bestellen. Genau. Fast 9400. Der fast 9400. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber das Katzen gedöhnt von meiner Ex-Partnerin macht gerade Randal im Hintergrund. Ja, kann man hier noch einen zweiten Anhäck? Das geht tatsächlich. Jetzt ist die Frage, kaufen wir zwei davon oder kaufen wir nur einen? Denn diesen kennen wir ja noch aus LS17. Da konnte man auch einen zweiten dranhängen und sogar noch einen dritten, vierten und fünften. Ähm. Das sieht mir hier nicht ganz aus. Da fehlt dieses Verbindungsstück zum Festmachen. Ähm. Ja. Oder wir kaufen uns so einen. Ach, der hat sie auch. Ne. Ähm. 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 Mit dem kann man wieder... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, ja. 12, 20, 28. Das ist die Frage, wie viel passt auf das große Feld? Okay. Wir kaufen einfach den hier. Kann man die Farbe ändern? Ja. Ähm. Aha. Kaufen. 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 So. Dann werden wir sicherlich dieses Gerät brauchen, denn mit dem ist es einfacher zu arbeiten, ne? Ja. Hauptfarbe ist schwarz. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Wenn ich die Felgen jetzt gelb mache. Und das wo... Oh, nice. Natürlich kaufen. Und jetzt holen wir uns aber noch den hier, der gleich zwei Meter, ähm, sehen, besät, besagt, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm. Ähm. Stopp. Wo kommt der Traktor ran? Okay, die sind alle gleich. Dann einmal kaufen. Was brauchen wir noch? Wir haben eine Sämaschine, eine Aberntemaschine, wir haben Auffangbehälter. Wir brauchen noch das Saatgut. Schweinefutter, Hafer, Weizen, Saatgut. Mineraldinner. Mineraldinner. Kalk. Äh. Dinner. Zuckerrohr. 1, 2, 3, 4. Ähm. So. Genau. Jetzt. Hm. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wie transportieren wir das nach Hause? Mit dem LKW geht das natürlich nicht. So. Da wird mir jetzt nichts anderes übrig bleiben, außer einmal zwischen den Autos und herzutappen. So. Denn es kann ja sein, dass wir noch mehr Paletten brauchen. Also nehmen wir auch gleich noch die Gabel mit. So. Es tut mir leid, dass ich dazwischen jetzt hin und herzappen musste, aber ich hatte keine Lust den Weg zurück zu rennen. Und ich glaube Helfer A ist schon wieder fertig. Hat er jetzt Pech, muss er warten. So. Und wenn wir ein bisschen mehr Saatgut haben von dem Zuckerrohr ist das auch nicht so schlimm. Entweder wir verkaufen es oder wir lassen es einfach stehen. So. Und befüllen! So. Ja, da passt gut was rein. Das gefällt mir, je mehr desto besser. Jetzt muss ich überlegen, das ist die Anhängerkommandastin, dann muss das dort hoch. Wie machen wir das jetzt? Ich muss ja versuchen, irgendwie zu wenden hier. Ob das überhaupt da drauf passt. Ja gut. Jetzt muss ich mir mein Kunstwerk ernsthaft mal angucken gehen. Hohoho, das steht aber sehr sehr knapp. Für was ist aber das hier hinten? Oh, Festschneilgurt. Oh, da kann ich was festschneilen. Du könntest ja doch noch ein paar Paletten kaufen. Ähm, erstmal hier, LKW. Gut. Ja. Ah ne, wir holen keine Paletten mehr. Den Rest holen wir uns, wenn es soweit ist. Huhuuuuuihhh. Ach. ernsthaft das kann ja nicht so schwer sein ich hoffe ich kriege das hin wie ich mir das hier vorstelle jetzt muss ich so dagegen lenken damit der da hinten rankommt genau ich habe es geschafft ich fahre jetzt mit absolut schier lang weil das einfach zu viel ist was ich hinten dran habe ich habe es nicht so gut ich habe es nicht so gut ich habe es nicht so gut Also, ich weiß nicht, was das gerade war, aber dort stand nie ein Schild. Man hat nichts gesehen. So. Das stelle ich dann später alles ordentlich hin. Jetzt einmal darüber. Der junge Helfer ist ja fertig. Und dann müssen wir noch die Sämaschine abholen. Jetzt ist die Frage, brauche ich dafür erst einen Gruber? Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich brauche erst einen Gruber dafür. Ich bin natürlich nicht gut. Darin werde ich das aufscreen testen. Und ja. Und dann werden wir mit Zuckerrohr anfangen. Und dann werden wir mit der Sämacke ausprobieren. Okay. Okay. Achso, ne, ich muss ein Stückchen weiterfahren, damit ich da wenden kann. Da war ja wieder was. So, ähm, gut. Das muss ich jetzt machen, denn ich habe wirklich keine Lust, jetzt die ganze Zeit hier über die Map zu rennen. Ernsthaft? Du Arsch! Das war doch ein Arsch, mal ganz ehrlich. Jeder normale Autofahrer weiß, dass man Abstand hält. Das weiß selbst ich als Fußgänger und Radfahrer. Ja, jetzt ist das Ding natürlich komplett verschoben und hängt auch auf halb 8. Mann, 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 ey, die müssen das mit dem nächsten Update unbedingt überarbeiten, die Autos. Das geht mal gar nicht. Und L17 haben die Mädchen einen ordentlichen Sicherheitsabstand gehalten. Na, die Maschine holen wir dann später runter. Oder wir müssen wieder einmal quer über das Feld rennen. Warte mal, da ist der Shop. Da ist mein Anhänger. So, hier haben wir natürlich Weizen. Da könnten wir ja unsere Hühnchen füttern gehen. Das wäre natürlich eine schöne Option. Und wenn ich eigentlich über den Seinfeld rüber fahre, macht das ja nichts, weil ich bin einfach nur ein Gegenspieler. So. La-di-da-di-da. Oh, 435 Einheiten aber. Geil. Äh. Ob der mir dann ins Wasser fährt, wenn ich jetzt Elfer einstelle? Einer weiß es. So, wie voll ist der? Da passt noch was. Hm, cool. Gibt es hier Fische drin? Ja, läuft. Erstmal ein kühles Bad genommen. So, das war es aber auch schon wieder mit der Folge. Die ist schon wieder lang genug geworden. Ähm, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich werde mich gleich noch schlau lesen, ob wir vorher grubern müssen, bevor wir Zuckerrohr sehen. Aber ich glaube schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye.